Musik 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 Weißt du, mich schütt es aber auch wenig. Wir sind Julians Antuela. Ich schaue jetzt sofort zum Wald hin. Alter, wir sind ja schon ziemlich weit weg. Über vierte Blöcke. Deshalb ist es eigentlich auch ganz gut, dass wir... Alter. Also, ähm, sorry, aber da wo es gerade brennt, das ist nicht unbedingt das Wetterportal. Nicht unbedingt! Nicht unbedingt. Brennt gerade zufällig die ganze Map ab. Wahrscheinlich nicht. Wo bist du denn mit dem Feuerzeug hingeflogen? Ja, ich bin das Wetterportal nicht mehr. Ich hab's schon gefunden, weil da fehlt einfach eine riesige Stelle Wald. Ja, das fehlt langsam überall Wald, ich find's nicht mehr. Ich bin schon... Ja, so viel... Okay, beim anderen brennt's einfach. Wenn du von oben guckst, sieht man die Holzstämme vom Portal. Ich hab's gefunden. Ich brauch mehr Eisen. LOL, ja easy, noch mehr Diamanten. Ey, geil. Wie über Diamanten rumliegen. Nice. Ich frage, ist jetzt ein verzauertes Dierschwert oder Eisenschwert höheres Level? Ist jetzt auf einmal nicht mehr da. Wenn ich jetzt mit 60 FPS aufnehme, steht das jetzt wieder da. Ui, auf jeden Fall kommt's mir auf jeden Fall flüssiger vor. 60 FPS für... achso, ja, okay. Ich dachte, du meinst jetzt ingame. Hätte wenig Ränder. Nein, mal, grab mal nach unten. Werde, grab mal nach unten. Was? Der Stankrad... Das ist doch eh irgendwo, das ist doch eh über Lava. Ja, was soll ich... Ey, nee, das ist kein Lava, das Wasser. Ohne Witz. Jetzt kannst du dich nach unten graben. Hier weiß ich sogar, dass der Lava drunter ist, du Idiot. Ey, das ist doch Obsidianwasser. Das ist aus Wasser gemacht. Obsidianwasser, ja, ja. Das ist aus Wasser und Wasser gemacht. Du bist schon Idiot, weißt du das? Ja, dann machen wir jetzt mal gleich die Taktik wie Luca, ey. Wenn der hier auf VARU machen will, dann mach ich das jetzt auch. Wow, bist du früh beim Kuhschubsen, ey. Mann, ich hab schon wieder einen Street Shop gemacht. Ich muss ja nicht, ich hab halt davor gefarmt schon. Ich hab jetzt viel mehr Farmser. Die Sicht von dem Creeper ist sehr grün. Hä? Warum ist das dann bei mir nicht? Die ist auch, die ist echt immer grün. Die ist echt nicht grün. Die ist ein Creeper, ne, 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 ne. Ja, aber auch. Da ist ein Creeper. Hä, bei mir ist die nicht grün. Nicht. Die Sicht von der Kuh ist auch sehr lustig. Von der Kuh. Hä, was hat die bitte für eine Sicht? Oh, gelb mal Fische. Ja, schlucht wahrscheinlich. Warte, ich schau. Ja, Tatsache. Ja, die Level liegen immer noch dort. Au. Ich muss mal ganz Mobs finden irgendwo. Ich hab Mobs bei mir. Okay, ich komm zu dir. Ah, ne, jetzt glaub ich nicht, weil ich hab halt eingetötet. Ja, da ist dann aber noch ein Creeper. Ich hab ein Creeper gefunden. Aber du kommst schon nicht bei mir. Jetzt bei mir ist das komplett grün. Hä? Okay, bei mir nicht. Ja, nice. Wollen wir gleich wieder Level? Hattest du noch weitere Monster bei dir in der Gegend? Weiß ich nicht. Ja. Jetzt hab ich gedacht, ich, ich würde lieben gerne, ich würde lieben gerne die Monster steuern können. Den mal angreifen und den mal angreifen. Und drei Creepers auf einmal zu Julian locken. Aber ehrlich, ich würde den Sieg, ehrlich, mal loben. Sorry, Leute, ich würde den Sieg Luca gönnen. Also nach dem, was er hat, ja. Nein, weil Jula hätt dann, äh, drei Joker. Äh, vier. Stimmt, ich könnte ja theoretisch schon mühspawnen, oder was macht der eh keine Ahnung. Drei. Vier, vier hätt er dann. Oder ist das? Drei. Nein, du hast, du hast doch einen. Du hast doch einen mit den Siegern. Ja, äh, ja. Nein, ich hab gedacht, das wäre hier schon die fünfte Season. Ja, genau. Ja, ich hab drei gesehen. Von mir aus hab ich drei Joker. Von mir aus ist das in Ordnung. Er schaut mal einfach das Buch an, das, ähm, liest sich's gut. Also, ähm, Luca liest sich so schön. Was soll's sein? Liest du, liest sich das Buch gut. Ich brauch nur noch fünf Level, wenn ich hab ich ja verdreut. Ey, Fox, machen wir während das in irgendeine Map. Mir ist langweilig. Luca hat damit angefangen. Nenn wir euch nur mal kurz feststellen. Ich schau mal, wie weit der Wald schon ab ist. Alles klar. Ja, genau. Will's verarschen? Wo musstest du denn auch damit anfangen, jetzt hier Eisenschwerter machen zu wollen? Ich freu mich, ich hab jetzt gar kein Schwert mehr, scheiße. Das rastet ich ja schon wieder aus, Alter. Oh, Julia. Du hast Spaß haben. Ich glaub mir. Ich hab auch schon Scherfe drei, falls du das jetzt meinst. Bisschen mehr. Scherfe fünf kriegst du nicht hin. Ja, genau ein bisschen mehr. Ja, Scherfe vier. Wow, 1,25 Damage mehr. Krass. Was auch. Ich fahr dich machen, wenn ich will. Vielleicht hab ich aber nur Knockback. Oder vielleicht hab ich auch ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Also, wenn du Verbrennung hast, dann bin ich echt down. Verbrennung hast, dann hab ich wahrscheinlich verloren. Wo steht da oben? Ich will das Trinkl. So, Leute. Ich will die Koordinaten. Das dauert noch 15 Minuten. Wie viel Zucker hab ich hier finden? Nieße. Nieße, Nieße. Hier wird Scherfe drei. So. Ich wollte jetzt eigentlich nicht immer auf Varou machen, aber wenn der Luca damit anfängt, ne? Ja, ja, ja. Keine Chance. Alles klar, ich bin schuld. Ja klar, du hast auch mit angefangen. Das hab ich noch nie gemacht. Ich hab das letzte Mal schon vorgehabt, eigentlich. Dann hast du mir vor gestorben. Ich hab letztes Mal eigentlich, wollte ich schon mit meinen, wollte ich schon mit Ambus bauen. War mein Ziel eigentlich letztes Mal. Scheiß auf das, also scheiß auf die Melonen, Alter. Ich ess die Melonen eh nicht mehr. Richtig fett, die Melonen. Die sind richtig geil, so zu essen. Nee, Alter, die haben nur einen, die machen nur einen Dings wieder und deswegen kriegst du auch schneller Hunger. Ich brauch ein Level. So, das haben wir auch noch, cool. Dann, schönen Bogen schon fertig, nice. Bogen hab ich selbst noch nicht. Ich hab auch keine Spinnen gefunden gefunden. Bogen nicht verzaubert? Was? Du hast einen Bogen noch nicht verzaubert. Ich hab doch gar keinen Bogen, ich hab keine Spinnen gefunden bisher. Wie geil wird das denn bitte? Das war dann easy. Ja, wenn du glaubst. Außer ich schleiche wieder von hinten an und du guckst dich um, ne? Weißt du, kann mir gerade eigentlich nicht passieren. So viel wie ich renne, würde ich es irgendwann mal hören, weil ich immer wieder mal stoppe. Höre. Ganz im Ernst, können die mal jetzt mal wieder hier reinkommen, Alter? Was machen die denn? Jetzt die sind immer noch im Aufheimraum, keine Ahnung, was die machen. Das ist voll scheiße, weil eigentlich brauchen wir die... Boah, die machen schon wieder so Bullshit wahrscheinlich. Ja. Aber ganz ehrlich, ich hab bis jetzt noch nicht... Das ist in der Portal nicht, also... Boah, alle, du kommst doch einfach in den Channel rein, ihr Schmockis. Soll ich zu? Soll ich jetzt einfach kurz in den Channel reinkommen, mein Gott. Ich frag's, ob ich grad trip mein Man-Hunter diese Höhle, weil die Höhle ist schon ganz schön geil. Ja, doch, mein dich hoch. Ich? Machen wir es beim Untergrund. Wollen wir mal gucken, ne? Weiß ich doch nicht. Du bist ja schon auf der Suche nach mir, das hab' ich ja schon gecheckt. Finde dieses blöde Bullshit. Netter Portal. Als ob du jetzt nicht in Never gehen willst. Finde? Ich glaub, ich muss das vor dir finden, Alter. Oder ist das Markt? Ups. Ich hab' schon drei Sparkte. Yes. Bring uns ja dir. Was? Die Frage. Die bringen mir gar nichts. Ich hab' keine Ahnung, was die machen. Die Laren wahrscheinlich die ganze Zeit über uns. Ja. Guck mal, was der hat. Lustig. Wahrscheinlich, so kannst du's vorstellen. Boah, was machen denn die die ganze Zeit, dass sie da verschiedene Modis brauchen? Ich hab' die ganze Zeit im Chat, dass die ihren Game-Mode ändern. Soll' ich nicht mal aufhören, jetzt ihre Game-Modes hier zu ändern. Die multiplizieren sich wahrscheinlich hin und her und wieder mit der Spectator-Mode und sonst was. Ja, zur Zeit ist Game-Mode Survival-Mode, warum auch immer. What the fuck? Hallo, der muss leider sterben. Ard, du musst auch sterben. Oh, jetzt wird wieder Nacht. Endlich wieder Level-Farmen. Level-Farmen muss ich gleich erreichen. Nee. So erstmal entscheiden und dann später zusammenfahren. Kann ich das echt schaffen, wenn ich jetzt hier die Nacht durchfahre? Wenn ich jetzt hier die Nacht durchfahre? Kann ich das echt schaffen? Will ich das echt schaffen? 5 machen. Ich fahr mir auch dauerhaft grad für Level 5, also beziehungsweise erstmal Scheffel 4, aber wenn du Scheffel 4 machst, mach ich auch Scheffel 5. Vielleicht will ich dich auch nur in Sicherheit wiegen. Ich bin schon deiner Nähe. Vielleicht hab ich auch schon viele Dierrüstung. Oder zumindest ein paar Teile davon. Weiß ja auch nicht was ich hab, oder? Nö, das weiß ich nicht. Ich weiß doch, dass du vorhin ein paar Diers gefunden hast, wie du gesagt hast. Aber ein paar auch für den Schattenmittel drauf gefunden sind. Hab ja vorhin schon gesagt, ich hatte viele gefunden. Ja. Allerhöchstens neun eine Ader, ne? Wer sagt, dass ich eine Ader gefunden hab? Woher willst du wissen, wie viele Ader ich gefunden hab? Vielleicht war ich auch bei Flo. Ich kann dir schon mal ohne zu glücken sagen, dass ich bisher drei Adern gefunden hab. So, ich bin während des Star, während Fox endet. Yay, was macht dir Spaß die ganze Zeit? Okay. Übrigens, Fox steht mit Game on 1 im Skelett. Oh, na. Wow. Die Leute. Ja. Ihr könnt euch jetzt mal umschauen, vielleicht ist er ja irgendwo bei euch in der Nähe. Ja, das bauen die ganze Skelette ist auch scheiße. Hä? Da ist aber die Kiste. Ja, trotzdem ist er ein Superskelette. Ach, so viele jetzt auch. So viele sind er auch gar nicht. Wie sie tun wird. Und die Dauerspawn? LOL! Oh, ich brauch Ader. Ich brauch Ader. Ich brauch Ader. Ach, man. Ich brauch Ader. Ich brauch Ader. das ist unfair. Ich brauch Ader. Das ist unfair. Ich brauch Ader. Das ist unfair. Das ist echt unfair. Ich krieg ultra viel Level da durch. Das wisst ihr schon. Erglar hat sich das dazu schon gesagt. Na gut, wenn Fox meint, das ist fair. No, ja, drei Jemand. in der Küste, jaaa! Er hat nix reingetan und ich habe vorher nicht reingeguckt Alter! Frei jemand bei einer Küste, ne? So, Fox ist das Obo-Skelett Da craften wir mal kurz, ne? Eigentlich ist das ja ziemlich unfair Mach ihm ein Schild vor seinem Gesicht, der Fox Schärfe 2, so Ich geh mal in deiner Sicht, Julian Eigentlich war Fox am Anfang mein Favorit Nachdem ich gestorben bin, aber... Jetzt war Luca der Favorit, ne? Dann gewinne ich ja Nein Komm schon Ach komm schon! Was dann? Auf einmal Schärfe 1 und ich hätte Schärfe 5 Nee, ich hätte Schärfe 4 und noch Schärfe 3 Schwert Was kann ich noch verzaubern? Hä? Oder was soll ich verzaubern können? Ja, Julian lest jetzt auch ein schönes Buch durch Ich kann nicht das machen Müsst mir sagen, gell? Wenn ich... Oh ja, oder? Früher hat das... Hat das im Auge nicht... Überhaupt keine Ahnung, ob wir es kosten müssen Ich kann eigentlich auch mal stellen Julian kann ja viel erzählen, wenn er Farben will Nee, 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 ich hab... Es sind noch 7 Minuten Okay Okay Ich hab' ich gefunden oder was? Wir sehen uns im N... Wir sehen uns dann in 5 Stunden wieder, wenn ich als Niederkomme Nein Ganz wert, ich bin dafür, dass der Nether, äh, rauskommt Weil das ist einfach unnötig Hast du den... Ja, ja, du hast es gefunden Neht man, dass hier was abgebranntes, Luca? Jaaaa Hm Und jetzt hab' ich... Oh, jetzt werd' ich mal in den Niederkopf Ich hab' auch mal in den Niederkopf Alter 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 Oh, wahrscheinlich, das ist das genetter Okay, ich bin auch irgendwie dafür, dass der Nether ab wird Ja, ist das wirklich so Ja Ja Tx Dann muss ich das Also ich hier in der, das ist das können wir jetzt nochmal drin lassen, aber es ist halt jetzt grad blöd Ja bei fahrern dagegen bekommt nicht das licht ein vom ofen das wichtiges ich bin noch nicht bei ihm oder ich blöcke boah alter jetzt habe ich gerade den fox nahe gesehen ich hab mir so fühlt für die männer ich wusste gar nicht mehr das ist eine Sache, dass ich ihn nicht habe stimmt, du blufst schlecht wir werden es nachher sehen, ok? also immer wenn ich in die... deswegen lief ich auch vorhin die ganze Zeit die Skelette rum aber trotzdem, der Bereich ist ja nicht nur der Spawner selbst hey, du hast da was liegen lassen ich sehe jetzt schon witzig das räuchern, glaube ich nee, das ist ja noch ein Level und dann habe ich Fox hat gesagt, wenn wir hier nach noch eine machen dann müsst ihr halt warten weil er jetzt essen ist ja ja, wir brauchen wahrscheinlich eh noch was wir brauchen eh noch etwas ja Luca will ja nether ein bisschen rumspazieren jetzt brauche ich 5 Level, what? ich weiß noch 4 ach so, das ist falsch Schwert, glaube ich meinst du für dein Schwert, Julian? ja, natürlich für mein Schwert oder was? ja ja wenn du jetzt dein Schwert meinst, dann hast du es grad benutzt nein, ich habe noch 2 andere, ich habe noch 3 Schwerte ich habe noch 2 andere ich habe noch 2 andere Moment, aber doch, Moment du hast recht boah! ne, so kostest du noch mehr Level, wow wie hat dieses Skelette mich getroffen? das hat einfach meinen Mut aufgesammelt legst du halt in die Kiste nein weißt du was denn cool wäre, Julian? wenn äh Monster, die wo Equip anhaben ähm, mehr Level droppen tun sie glaube ich sogar dann kannst du dir eigentlich die ganze Zeit den Monster an deinen Helden geben aber ich glaube nur, wenn ich damit sporen, gebe ich nicht mehr Level ansonsten wäre es aber geil rein kein Mobbing und was hab ich jetzt eigentlich gerade alles? ich habe 2 oder 3 oder 3 oder 3? ach ja stimmt zähnen Level zwölf Level oh ok okay wenn der luka da so möchte, dann tun wir das ich will mein schwert nicht kaputt das ist schlecht ja das siehst du jetzt erst ja also ich sag mal wenn man ins portal reingeht und geradeaus geht kommt darauf an wie man raus kommt und sich zum beispiel umdreht sieht man in der netherfestung in der netherfestung gespawnt julian und luca hat jetzt das gesehen ich schaue mich gerade in der netherfestung um ich schaue gerade genau in der mitte ist nur drum dass es wissen zirka ich glaube denn er sagt nein der nether hat keine wörter gut weil dann müssen wir da irgendwie wie ich ja schon die ganze zeit gesagt habe ich bin dafür ganz weg zu lassen ja ich auch die ganze zeit und ich habe mich erschreckt wer fox name da war ja ich auch die ganze zeit ich bin spektator hello my friend i'm coming to you ich habe jetzt schärfe 4 2 3 schärfe zwei schwerter richtig ja heißt ich brauche noch sechs schärfe einschwerter er hat es ist hier er hat ich hoffe ich wie viel ist das Plus 9 das Plus 9 es wird sehen überteilt die kürzende Kürzlager über sie gehen ich werde ich für die vierte sind sagen oder nicht mehr von der vierte zum freundesten ist er habe ich vor kurzem gesagt krass erzähl mir mehr, Bro so hui da 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 hui bla 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 sag das, das sieht von der Bekette sich zu witzig aus hui, Eisenschwert, da ist ein Schwert, da ist ein Schwert Eisenschwert nicht anbenutzen boah, da wird das geile ja, ich darf's nicht benutzen die Schwerte das kostet mir jetzt ich möchte nur ein Schwert benutzen gleich noch ein Schwert ja, aber hast du das Schwert nicht? ne, ja, keine Ahnung ein Schwert hab ich benutzt ja, das war dumm das ist alles easy ich mach jetzt noch ein extra Eisenschwert, mit dem ich gleich kloppe oh, kein Notposting also jetzt schon äh, ja F3 Neter F3 Geil, Nether-Gonda es hat immer geheißen, dass wenn man im Nether ist, dass man sich schneller fortlegt echt ist? okay das hab ich schon nie gehört äh Gibt's eigentlich noch Clostorm, gibt's auch XP, Nege Cl- Zeit wann gibt's Clostorm oder XP, das wär immer neu mhm könnt ihr euch schauen, wer davon euch wo mit mit